Hey Leute, Hitschinski wieder hier und in dem Game sind wir ziemlich geil dran im Grind um Ascendant, aber es hätte schon ein Hammer-Game sein müssen, um Ascendant zu werden. Ob ich es schaffe oder nicht, erfahrt ihr natürlich im Video und ich musste auch mal Sova spielen, was ich eher vermeide, weil da sehr viel Vorbereitung braucht, aber auf Icebox hab ich's mich mal getraut und es hat auch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Aber seht selbst, viel Spaß beim Video. Einer Yellow durch, ich Drohne, zwei Yellow, konnten nicht blenden. Die Raine ist low, Raine ist noch nichts. Die Blenden. So schockt das? Ein Gegner übrig. Woohoohoo! Last Bullet Klazze, ey! Heiliger! Er hätte mich so easy faken können mit den Steps und er macht's nice. Woohoo! Richtig. Raine, Raine, ein Frick schon? Die haben gepostet. Spike down. Ich Drohne jetzt. Schicke Drohne los. Ist wirklich mit der anderen Mitze. Viel zu früh, leider. Wir haben Spike hier, ne? Wollen wir um Spike fighten oder nicht? Ne, ne, scheiß drauf. Ellie hält die Mitte. B können wir gebackstippt werden. Da muss ich eigentlich, da muss ich vom Spot runter. Geh du mal Richtung B. Ich glaube nicht, dass die Big. Also B wird extrem leid, dass die Lücken kommen. Ich scanne voraus. Wenn das Step auf B erst hier. Oh, einer auf A drauf. Auf A. Schock, fire. Spike, platziert. Hab ich. Bist du ready? Kommst du mit vor? Ja. Ein Gegner übrig. Ach schon. Prüfen wir mit. L oder wo? Maze, Maze. Ich weiß nicht, was wir machen, ey. Dass wir uns da so vernaschen lassen. Jet 70. Die ist zu dir gedashed. Bei dir. Klaus rechts. Gegner am Boden. Interessant. Let's try. Interessant, warum hat das Ding mich nicht aufgedeckt? Geh weit weg. War ich echt zu weit weg? Ist die Range so klein. Ich hab den Cross. Viper Wall. Viper Wall fehlt. Ja, ich kann den Abulet geben. Wie kann denn bitte die Viper Wall fehlen? Werden da oben down? Ach schon. DRX plant. Ach schon. 3 gegen 3, die haben Brim Ulti. Ihr müsst schnell ran, um die rauszubeten. Wir sind gesloat. Und... Einer antippen. Brim Ulti, Leute. Und weg. Und weg. Mitte, der ist Mitte. Ja, mein Bot hat ausgeschlagen. Ja, sehr nice. Sehr nice. Schön. Gute Runde. Sage, wenn du rotierst, musst du über Orange laufen, ne? Ich hab die Backside wieder, Monka. Hilfe? Ich hab deinen Rücken. Ich hab deinen Rücken, Monka. Ich hab deinen Rücken. Rainer Auge, ich kann dich nicht halten. Jet oben mit Knives. Jet oben drauf mit Knives. Musste droppen. Die haben nicht geplantet. Bleib cool, bleib cool. Ich kann auch nochmal Sova Ult spielen, wenn die planten wollen. Jet Dash vielleicht zu euch rein? Ich will jetzt einfach nochmal verhalten. Wir haben geplantet. Keine Ahnung, wo die ist? Hello, hello. Nice, sehr schön. Geile Runde, Max. Geile Runde. Good job. Zwar Doppel-Ultimate, aber dafür die Führung. Prowler, verfolg dich. Jet Dash. Underrafters. Nice. Geh vor. Shockpile. Eine Onside. Die Fade ist Onside. Ja, Fade ist Onside. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Flank. Nice, die hab ich. Rainer Auge. Shit, 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 shit. Monka, beide. Ein Gegner übrig. Rainer ist, äh, nice, sehr schön. Die geben Gas, Rainer Auge ist da. Plant. Plant geht durch wahrscheinlich. Ich nehm euch vor. Fade, Ult. Cool, bleiben jetzt. Können wir die Ult abwarten? Ich hab hier L. Links, Backside kann kommen. Ich Drohne jetzt, dann geht ihr vor, okay? Drohne kommt. Ich geh in die Backside. Ihr müsst L checken. Belt. Können nicht auf Afterplan spielen. Ein Gegner. Letzter Belt. Ah, ihr habt alle. Okay, nice, sehr schön. Ich seh, wenn die unten crossen, können die Tube rein. Einer B, einer B. Sind Tube drin? Ich glaub, mit der unten noch ein Step. Ja. Unten durch, unten durch. In Orange. Unter, unter Boiler ist frei. Kitchen, einer. Ich muss hier weg. Ich muss zurück. Feuer. Ich halt hinten den Kitchen-Ausgang. Kitchen oben dead. Einer war auch noch Kitchen. Den In-Tube hab ich. Ich werd jetzt in die Tube reingehen. Ab, die Rainer da? Die war auch... Tube is clear. Tube is clear. Noch 30 Sekunden. Ich hinten raus. Also, Brücke... Brücke-Küche. Vielleicht wieder drin? Ja. Ja. Ich habe es. Schmackhaft. Ich hab linke Seite hier. Ja, die war da schon durch. Willst du einfach von unten Screens backside anzielen mit der Operator? Schau, dass ich dich nicht blocke. Ich steh mit dabei. Keine Sage-Wall im Spiel bei denen. Komm jetzt in the Hall auch. Also, noch einer, was das bräuchte. Abgeschossen. Sehr schön. Muss nachladen. Werd nochmal einen Arrow machen. Er ist Screens durch. Chill, 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 chill. Nice, Mann. Sehr schön. Ah, der ist unter die durchgelaufen oder über Mitte gekommen, ne? Das ist schwierig. Halt hier. Einer rennet durch, Monka links. Nein, die kann ich. Sehr schön, Monka. Worn, dein Army. Ich drohne den. Schicke Drohne los. Er ist nicht unter Screens. Er kann hinter Yellow sein. Nice. Oh Mann, das war so clean gewesen. Schade, Runde, Monka. Schade, Runde, Monka. Ich habe keine Bullets mehr. So, und für die Letzte habe ich nochmal Ultimate. Letzt hier. Ich bin der Gäger. Oh, der in meiner Ulti ging vorbei. Ein Fetch durch. Niemand getroffen. Welt um. No way. Oh, der ist schon los. Shit. Spike platziert. Das war close, Leute, ey. Ich bin gemuted im Discord. Hey, Jamba, grüß dich. Hey, Daniel. Schade. Sehr geiler Raid, Mann. Schade, Mann. Ah, die Runde geht auf mich. Wir hätten einfach nichts umstellen sollen, ey. Drohne kommt. Hoch mit dir. Keiner unten. Keiner in der Ecke. Keiner hinter der Kiste. Sehr schön. Spot habe ich jetzt nicht gesehen. Wartet, ich mache noch einen Arrow. Kommt der zu weit? Shit, der kam zu weit hinter. Yellow steht. Yellow. Jawohl. Cool bleiben. Haben wir die Weipe wohl oben? Dann play. Ja. Aber es geht gleich wieder runter. Geh, ich bin so. Ja, ist okay. Wir haben eine Sageball. Ihr müsst jetzt Yellow halten. Die Wall ist leider Nachteil für uns. Ja, bleibt cool. Spielt auf Zeit. Haltet einfach Doppel-Yellow. Und ich habe Links von euch. Nice, wunderbar. Die nächste Wall, die du setzt mit der Sage, Basti, geht parallel. Direkt hier. Zeig es dir nochmal. Hier. Okay. Parallel zur Viper Wall. Dann können die Gegner nicht Yellow crossen mit der Wall. Verstehst du? Oh, ihr nehmt schon eins. Machst du die Sage Wall? Ja, komm, ist okay. Ja, genau, genau, genau. Yellow, Yellow, Low. Die Rainer ist Low. Ich plante. Musst mich da halten. Ja, habe ich. Können auf die Wall. Oben rüber. Alle noch Yellow. Oben Down. Yellow steht noch. Keiner Snowman. Ich bin weg. Snowman 80. Healed. Ein Gegner übrig. Ah, schön. Ich muss gleich. Letzt anauen. Könnte Backslap sein, ne? Ich ziel nach hinten. Nice, wunderbar. Viper Wall, Monka. Viper Wall. Monka war ein Fight. Ja, ist okay. Lasst mich alleine Yellow spielen. Ihr spielt hier. Alle drei, alle drei mit, alle drei vom Mitte. Okay. Dann ist schon close. Hinter Yellow kommt. Shit. Dann muss ich passiv spielen. Letzter Leben der Verbündeten. Keine Lange. Warum sein? Deine Runde. Was? Oh mein Gott. So gut, Mann. Insane, Ellie. Holy shit, Digga. Sehr geil, den Winkel predikte, dass du dann doppelt... Also, jetzt in die Gegner tilt. Aus dem Weg. Hoch mit dir. Sie ist Mitte, oder? Jet close. Kann sein, dass sie mich umläuft am Container. Nicht hinter der Box. Ja, ist unter mir gewesen. Ich kann resen. Ellie, ich spiele DRX Plant. Kannst du mich noch Screens halten? Ach, ich hab die Bock mehr. Ich komm zu dir. Kannst Mitte lurken, wenn du willst. Ja, mach mich. Wir machen Killjoyhold. Mach ruhig jetzt direkt Killjoyhold. Die pushen schon. Du, einen Kill hast du auch holt, ey. Maren. Sicher ist falsch. Kannst du uns spielen. Ist nicht drauf, ist nicht drauf, ist nicht drauf. Ist nicht drauf. Pusht mich nicht. Ich pushe dich hier, Klaus. Nice, sehr schön. Wuhuhu. Oh mein Gott, ey. Das war close, dass ich den zweiten da bekomme, ey. Jobbel. 22 Monate. Danke dir. Für den Sub, mein Bester. Auch mega krasses Support von dir. Vielen, vielen Dank. Oh, ich war MVP? Warum ist Monka nicht MVP geworden? Ey, du warst besser. Einfach besser. Ich war besser, okay. Oh, 6 RR for Ascendant. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020